hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hier zur folge 500 tatsache einfach so 500 das ist eine hohe zahl und so ja wir starten mal in diese aufnahmen wir sind hier in unserem revier in unserem schlafzimmer ich habe die letzte nacht hier mal verbracht mit dem ozocraft texture pack eines der ersten texture packs die wir hier überhaupt in diesem let's play hatten sozusagen ich finde eigentlich es sieht ganz schön aus oder also ich finde das ganze kann man lassen es gab ein paar vorschläge wie man dieses haus hier noch ein bisschen umgestalten könnte unter anderem von vapidro meine ich der hat sich dazu wort gemeldet noch der ein oder andere gier gerade um diese zwei räume und so um diesen querraum da das werden wir uns alles mal anschauen aber natürlich nicht in dieser folge in dieser folge wollen wir uns etwas anderes anschauen was man schon in den letzten folgen teilweise mal sehen konnte hin und wieder ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist keine ahnung so aber wir schauen uns jetzt auf jeden fall mal an ist diese kiste hier leer tatsache ich habe nämlich mal aufgeräumt hier ist tatsächlich alles aufgeräumt der wahnsinn und ich brauche gerade mal zwei steine das wäre ganz cool denn dann können wir hier gleich noch mal so ein kleines bisschen ausbessern wenn wir schon dabei sind 500 folgen minecraft meine güte das let's play gibt es halt schon so ewig das ist ungefähr schon so lange dabei wie ich jetzt play nicht ganz aber fast also wirklich schon ein sehr sehr langes projekt hier auf dem kanal ich nehme auch gerade mal zu essen mit man kann es ja immer gebrauchen und dann nehmen wir mal die bahn ne die nehmen wir nicht weil ich muss ja hier noch was ausbessern deswegen habe ich ja einen stein dabei so sieht es aus so wir sind auf normal das ist denke ich mal okay für diese folge wir könnten die monster auch ausstellen toll das war jetzt nicht so ganz der sinn ich habe mir nämlich mal die dreistigkeit gegönnt ja etwas in der zeit zwischen den aufnahmen zu bauen und hier hinten seht ihr es schon so ein bisschen ich habe ein bisschen kreativ modus rum gebastelt und zwar zwischen den aufnahmen einfach um bei folge 500 mal wieder was cooles zu haben wir hatten ja beim letzten special bei der vierhundertsten folge hatten wir die bauten die ihr mir einschicken durftet da haben wir auch einige coole dinge sehen dürfen und jetzt schauen wir uns das nächste an und diesmal ist es was was wie gesagt ich gebaut habe und ja das gucken wir uns heute an und ich begrenze gerade mal die fps auf 30 weil geht das nicht geht es nur mit optifine es ist ja blöd na super weil es so ein bisschen ruckelt teilweise finde ich nicht cool liegt vielleicht am texturen pack oder an fraps oder woran auch immer mal schauen soll es gibt man hier runter unter wasser das ganze und hat hier einen ewig langen gang und die frage ist wo sind wir ich habe da eisen übersehen geil soll sich erstmal an die ganzen texturen gewöhnen ich finde das auto craft pack wie gesagt ganz cool könnte man auch vorstellen dass wir das jetzt ein bisschen drin lassen alle hallo 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 ruckel 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 muss wahrscheinlich die biome hier laden den ganzen kram der jetzt hier noch kommt man sieht gleich wo der tunnel aufhört ich muss mal gucken ob es optifine auch für diese minecraft version gibt falls ja wäre es mit sicher kein luxus sich das mal wieder runter zu laden einfach damit minecraft auch schön flüssig läuft so wie wir das ja gerne sehen aber egal soll es nicht das thema sein der switch controller nervt hier voll kann die tastatur gar nicht so so jetzt passt ja wir laufen diesen gang entlang nein wir sprinten nicht wir laufen nur und da hinten sehen wir schon etwas da rechts ist eine tür kann das sein ich muss ganz ehrlich zugeben ich habe das ganze hier vor monaten gebaut ihr habt ja wie gesagt man konnte es in den letzten aufnahmen schon teilweise sehen von daher wisst ihr auch wie lange das jetzt schon existiert so hier ist noch ein bisschen krams hier war ich noch nicht das habe ich mir glaube ich extra übrig gelassen dass wir uns das mal anschauen können drum habe ich da auch die tür reingebaut so war es also da ist so eine kleine mine drin die können wir uns definitiv mal anschauen keine ahnung ob wir es jetzt gleich im anschluss machen oder was wir dann bei folge 501 machen ich weiß es noch nicht ja das hier auf jeden fall alles von mir zusammen geklöppelt war eine ganz schöne menge arbeit auch wenn es der kreativ modus war das hat lang gedauert kann man sich glaube ich vorstellen dass man sowas nicht eben was haben wir hier eine riesige wand ich mal gerade das ressource pack raus einfach damit man sehen kann was für blöcke hier verwendet wurden also das war hier links und rechts die wände der boden und sowas das war alles dieses unterwasser gedönse und das hier sind tatsächlich eisen blöcke das hier sind gold blöcke und jetzt ist die frage was geht hier ab ich meine man kann jetzt natürlich die blöcke abbauen aber es ist nicht sinn der sache sondern es gibt hier einen versteckten hebel und wenn man den drückt dann kommt man hier auch rein in eine art sicherheitsschleuse bei der aber wohl irgendwas nicht zu stimmen scheint denn wir haben einen warnsignal und einen warnton den man die ganze zeit hört alles übrigens mit redstone gemacht sowohl das blinken als auch der ton so da hat man hier einen kleinen kontrollraum mit dem man durch die nächste schleuse kommt sehr schön und dann ist man also hier sieht man schon wasser rundherum ist wasser anmeldung kleinen rechner und ihr seht natürlich wo wir sind ne ihr merkt natürlich wir sind im gedöns kann man so sagen wir sind hier im wasserpalast oder im unterwasserpalast den wir vor jahren ach von ja doch das könnte kommen ist wirklich schon jahre her den wir vor jahren ja schon mal erforscht haben mittlerweile habe ich hier ein bisschen was eingebaut ich weiß nicht ob die musik passt gerade aber okay damit müssen wir sehen mittlerweile habe ich hier was eingebaut einfach ich hatte diese idee ja schon mal das habe ich ja schon damals gesagt in einigen folgen dass wir doch hier vielleicht irgendwie das ganze trockenlegen könnten und dann mal schauen was man hier so einbauen könnte ich wurde mir einfach von euch gewarnt was ja auch richtig ist das ganze würde viel zu lange dauern wenn ich das team let's play mache allein das ganze trocken zu legen und zu bauen und so das wäre sehr sehr viel arbeit von daher habe ich auch das im kreativen muss gemacht und das jetzt einfach mal zwischen den folgen hier so aufgenommen sodass ich euch jetzt zeigen kann hier so eine kleine krankenstation falls mal irgendwas ist kann man hier ganz viele kranken bette betten na hier ein paar kisten wo man irgendwas lagern kann was auch immer so wo sind wir jetzt hier gibt es die intensivstation hier ist zugegeben da war es noch nicht viel los da müssen natürlich auch mal mindestens ein bettchen rein aber alles gut kranke gibt es ja hier hoffentlich sowieso nicht ja krankenstation felder hauptraum felder ja es gibt auch felder also das ganze hier ist so eine art survival camp ja wo man hier in dieser station überleben könnte unter wasser sollte es aus irgendwelchen gründen notwendig sein hier gibt es kartoffeln da oben gibt es noch schwämme da habe ich gar nichts gemacht die gibt es ja auch im original minecraft ich weiß nicht warum mir blöcke fehlen keine ahnung ist vielleicht automatisch so jetzt gar nicht so hier gibt es ein lagerraum natürlich nicht weit weg von den feldern damit man den ganzen kram reinmachen könnte schauen wir aber schauen wir hier runter hier gibt es tränke genau hier kann man tränke brauen hier gibt es noch mal so einen schwammraum hier gibt es auch kneterwarzen mit denen man die tränke eben brauen kann hier ist eine alibi wasserflasche drin so und hier ist der hauptraum ihr erinnert euch hier haben wir damals das gold rausgebuddelt und hier sieht man auch schon etwas hier ist so eine kleine baumfarm unterirdisch also unter unterirdisch unterhalb des ganzen unterhalb des unterwasser gebäudes sozusagen ist dann also hier dieser raum wo man alle möglichen baumsorten hat und da sah man gerade eine schwanzflosche durch flosche flosse durch lugen wir haben auch einen kleinen wasserteich ich weiß nicht ob das gefährlich ist mit dem wasserteich nicht dass da mal irgendwann ein fisch drin sporen so ein wächterfisch und uns dann heftigst den hintern aufreißt genau hier sind wir vorhin durchgelaufen ihr erinnert euch vielleicht noch diese paar arbeits- und sitzplätze halt einfach genau da hat man hier noch ein lagerräumchen so ein kleines also das ganze ist wirklich komplett ihr seht an den an die begebenheiten des von diesem tempel hier unter wasser tempel angepasst hier ist ein kleiner essensraum auch sehr schön wie ich finde da hat man hier eine kleine küche ist aber kohle drin alle ich bin ja krank soll man hier mal schnell das licht an nicht dass hier irgendwas bauwend hier hat man also noch mal schlafquartiere und eben nächtigen kann dann hier wie gesagt die küche hier der essraum das ist alles sehr sehr nah beieinander was ja auch irgendwie thematisch ganz sinnvoll ist so dann kann man hier runter kann hier arbeiten oder irgendwas sich anschauen wie auch immer okay jetzt frage ich mich doch wo waren wir jetzt noch nicht wo können wir noch hin baumfarm haben wir schon gesehen was denn hier links hier links scheint nicht viel zu sein wohnbereich und hauptraum ausgang ja dann sind wir jetzt praktisch schon die runde gelaufen so wie es aussieht da ist wieder ein wächter die sind zum glück ausgesperrt also vor denen braucht man hier gar keine angst zu haben das sind auch noch mal schlafquartiere genau also mal zwei schlafräume von denen aus dann man hier irgendwie arbeiten kann oder was auch immer machen kann hier könnte theoretisch auch noch sitzplätze hin das ist alles möglich also im endeffekt ist dann doch gar nicht so groß wie es essensvorräte ja lagerraum ja hier waren wir auch schon die felder und so das hatten wir alles schon so was gibt es hier unten genau hier sind die tränke etc und hier ist der ausgang also das war es auch schon im prinzip ich hoffe es gefiel euch so das war folge 500 natürlich nicht aber das war hier oder ist jetzt dieser tempel wie gesagt ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt und hier ist ein creeper das ist natürlich allerliebst genau ja wie gesagt so sieht dieser tempel jetzt aktuell aus wollte ich euch mal zeigen könnt mir mal in die kommentare schreiben wie ihr das ganze so findet von aussehen her und dann machen wir hier hinter uns natürlich wieder dicht also ist ja klar damit da nichts passiert und ja habe ich euch mal kurz den tempel gezeigt viel war es jetzt nicht ich weiß nicht ob wir da mal irgendwie reingehen werden irgendwas machen werden keine ahnung geplant in die richtung ist jetzt noch nichts wir können ja mal so ein survival camp machen wo wir irgendwie mal was weiß ich ein paar folgen da drin hausen werden und nicht an die oberfläche kommen dürfen oder sowas das wäre in der tat eine idee wäre jetzt aber auch das einzige was mir einfällt was man wirklich sinnvoll ist mit dem ding anfangen könnte es ist halt ja eine ganz nette spielerei mehr aber auch nicht mehr soll es aber auch gar nicht sein wer will es auch gar nicht sein und genau hat man sowas auch den eingang könnte man theoretisch noch ein bisschen besser verstecken warum spawnen hier monst das ist doch hier alles total gut ausgeleuchtet dachte ich ich ignoriere ich mal ist das ok naja scheinbar nicht aber ich mache es trotzdem das könnte man noch ein bisschen besser verstecken irgendwie vielleicht da so eine künstliche sandbank hinbauen so dass man es nicht sofort sieht einfach aus der ferne ich finde so ist das ganze schon ein bisschen auffällig ich meine hinten ist sonst nichts also es ist auch nicht so schlimm aber ich könnte man was machen wenn man wollte und ich habe mich gerade zu bereit erklärt zu wollen weil ich nicht dass man einfach hier so ein paar hier so eine so einen kleinen berg anhäuft einfach damit es nicht so extrem auffällig ist aus der ferne eine runde von wegen was ist alles neu dazu gekommen was ist alles passiert die erspare ich uns jetzt mal denn ich glaube im vergleich zur folge 300 ich meine da haben wir es zuletzt gemacht ist gar nicht so viel neues passiert aua ist glaube ich gar nicht so viel neues passiert so dass sich das gar nicht wirklich lohnen würde au also machen wir das jetzt mal nicht das machen wir wieder bei folge 600 würd ich sagen dass wir da mal wieder so eine schöne runde machen heute gibt es einfach nur das wollte ich euch wie gesagt zeigen und ansonsten machen wir jetzt einfach mal eine schöne überlänge folge so ein bisschen wenigstens damit auch mal wieder eine längere folge mit dabei ist ich glaube das gefällt dir auch immer mal wieder ganz gut so angst nicht zu übertrieben ist ja heißt die frage ist was machen wir heute und ich würde sagen wir kümmern uns mal um so ein paar schönheitsreparaturen für die sonst irgendwie nie zeit ist oder auf die wir sonst nie bock haben oder sowas in der art ich denke das machen wir heute mal ich möchte mal schauen wie viel glowstone wir zum beispiel noch haben oder wir könnten auch im nähter ein bisschen bauen glowstone haben wir richtig viel glowstone ist wirklich nicht schlecht ähm zäune okay da haben wir jetzt nicht so viel könnte aber auch noch was bauen ich würde sagen wir legen uns mal ganz kurz hin und dann schauen wir mal was wir da alles so zaubern können oder wo es denn überhaupt probleme gibt machen wir jetzt erstmal so rum so die musik ist ja fast schon episch was haben wir denn da für holz benutzt das war glaube ich ganz schlichtes eichenholz ne wenn ich mich da richtig erinnere ja reichenholz zaun ja könnte man durchaus benutzen so an sich ach das ist wieder so eine philip musik ich dachte mir schon was ist das jetzt da muss man wieder neue musik machen ich habe schon mal mit ihm drüber gesprochen bislang ist noch nichts geplant in die richtung aber er hat es auch noch nicht gänzlich ausgeschlossen also irgendwann wird es wohl mal wieder neue musik von mc philip geben wenn man ihn so nennen möchte rein er hat ja seinen namen hier äh gta professor oder wie er das professor gta so war es glaube ich so hier könnten wir ein lava rein machen weil es cool aussieht theoretisch dann nochmal hier so eine glas dingsee machen ja das könnten wir wirklich machen so ein bisschen glas hin machen und dann da drunter auch noch mal lava rein pflanzen oder wir machen da drunter netter stein der brennt das könnte auch cool aussehen also hier an den rändern würde ich schon ganz gerne lava machen jaaa hm man könnte natürlich auch alles einen anheben sodass man hier gar nicht mehr runter fällt sondern dass man praktisch so hier läuft mehr oder weniger falls das irgendwie verständlich ist und ich muss mal was mit der playlist anstellen weil die lieder hat man dann doch so ein bisschen tot gehört in den letzten aufnahmen und so so machen wir mal hier machen wir das mal so und dann kann da lava rein oder eben brennender netter stein ich möchte das mal mit dem netter stein ausprobieren ich meine es ist ja jetzt kein akt netter stein haben wir glaube ich eh mehr als genug achso wir können das ozo craft pack wieder rein basteln momentje mo machen wir es gerade wieder rein und gucken dann mal wie viel netter stein wir denn jetzt noch haben netter stein ja ne menge sagen wir einfach ne menge das kommt schon hin so werkzeuge da brauchen wir mal das feuerzeugche und dann schaue ich nochmal hier ganz kurz jaaa es ist eigentlich jetzt alles nicht so mega auf hd eingestellt also es ist schon relativ gezügelt hier dass es dann noch so leicht ruckelt tut mir leid ne na gut wir kommen hier schon klar so schlimm ist es ja momentan auch nicht so das heißt wir packen jetzt hier mal netherrack hin netherrack hoch da soll keiner hinkommen und dann machen wir auch noch die erste reihe voll damit weil warum nicht warum denn nicht so und theoretisch könnte man ja die seiten trotzdem noch mit lava auskleiden ja das würde gehen und dann machen wir hier einmal feuer jaaa ist zumindest interessant könnte das ganze auch könnte das ganze natürlich auch anders gestalten dass man praktisch hier so netherrack hat der brennt so richtung hölle dass es dann so brennt so wenn man richtung hölle geht halte ich jetzt für keinen schlechten effekt oder ist jetzt tatsächlich nicht das schlechteste glaube ich so und dann machen wir pass auf pass auf wir sind es richtig gewitzt hier so richtig gewitzt sind wir jetzt so richtig gewitzt die musik ist wieder geil diese höhengeräusche nicht erschrecken das ist das ozocraft pack das hat einige coole sounds drin nicht nur texturen die cooler aussehen sondern eben auch sounds die sehr sehr cool oder creepy in dem fall klingen so dann machen wir jetzt nämlich hier noch hin ne und hier noch eventuell und dann könnten wir wenn wir ganz krass sind auch noch da eine reihe hin machen können wir eigentlich machen weil warum nicht so zack na wenn das nix ist finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht wenn man hier durch so eine Feuerwand praktisch geht weil man möchte ja in die Helle in die Hölle genau in die Hölle eintreten da ist das schon irgendwie passend ne so hier machen wir das gerade mal weg weil da brauchen wir die Netersteine einfach nicht stattdessen machen wir es gerade mal so ups da machen wir das gerade mal so dann muss ich hier irgendwie noch rauskommen so gut dann hätten wir das dann holen wir uns gerade noch mal Glas müssten wir haben nach unserem Stallbau letztens schauen wir mal yes haben wir noch haben wir auch noch Lava Eimer zufällig wenn wir schon dabei sind das wäre ja mega gut naja wir haben Eimer aber leider keine Lava Eimer na gut das macht ja nix die kriegen wir ja auch noch hin so so sieht übrigens die Lava hier aus in dem Texture Pack also auch da richtig richtig geil ich mag das wenn Lava so richtig böse irgendwie aussieht weil ich meine es ist Lava so dann machen wir es erstmal so damit wir auch noch durchkommen später wenn wir dann die Lava rein klatschen so und dann bauen wir auch hier noch die zweite Reihe hin und die dritte Reihe und wie vieles auch immer dann noch werden au ha heiß hei so aua 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 so das heißt hier kommt was hin hier kommt was hin genau dann kommt hier kommt was hin dann kommt da was hin genau dann kommt da was hin und das war es dann auch ne es sind 1 2 3 Stufen und da drüben sind es auch 1 2 3 genau das ist genauso wie da drüben huch was habe ich denn jetzt gemacht auf jeden Fall nix sinnvolles so dann zünden wir das ganze wieder an möglichst ohne uns selbst zu verbrennen sehr schön und dann haben wir jetzt diesen Ausblick hier theoretisch können wir auch diese Reihe hier weg machen damit man es einfach noch ein bisschen besser sehen kann so machen wir es so oder wow das sieht richtig geil aus hätte ich gesagt irgendwie also ich mag das hier ich mag das richtig gerne gut dann holen wir uns gerade mal Lava nein ich werde jetzt keinen Mr. Lava Lava Witz machen das muss nicht sein so yeah ruckel 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 so hier würde ich auch gerne irgendwie noch was äh was bauen einfach mit das ganze so ein bisschen ähm wie soll man sagen damit das ganze so ein bisschen cooler aussieht tatsächlich einfach aus dem Grund so wo komme ich nochmal zu Lava äh äh hat man es nicht irgendwo hier gehabt ich glaube schon machen wir uns gerade mal Lava auch da bräuchten wir mal so einen gesicherten Weg einfach wie man ganz leicht an Lava rankommt dass man hier nicht immer durch dieses wisst ihr es es ist ja alles okay so wie es ja ist aber es ist halt alles nicht so wirklich geil ausgebaut so es sind so Behelfsblöcke die irgendwo hingeklatscht wurden damit man halt irgendwie da hoch springen kann aber es ist keine fein angelegte Treppe oder so und das finde ich halt dann doch irgendwie nochmal cooler weil es halt auch so irgendwie zeigt so okay wir haben den Neter ähm besiedelt irgendwo jetzt muss ich aufpassen weil es hier halt doch ziemlich ruckelt ich nehme es doch nochmal raus hey hallo nicht mich ignorieren vielleicht nehme ich es doch nochmal gerade raus einfach um zu verhindern dass wir jetzt irgendwie in Lava fallen so da haben wir es auch schon alles klar und hier haben wir auch schon die Lava 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 na wo haben wir noch hier so alles geschafft okay dann geht es erstmal wieder zurück also wie gesagt ich würde das ganz gerne noch machen ähm ja Punkt mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen also das sollten wir noch angehen müssen wir mal schauen wie wir das Ganze dann im genauen anstellen aber schön wäre es halt schon irgendwie vielleicht machen wir mal ein Lava äh hier ein Neter Camp oder sowas ich meine Lava ist ja auch genug da also da so gesicherte Lava Orte zu machen wo man die halt sammeln kann ist ja auch nicht unmöglich ne so oh nein nicht das Lied warum ähm so wie mache ich das jetzt eigentlich so So, das war schon mal schlecht, glaube ich. Daniel ist so cool. Er sitzt gern auf einem Stuhl. Oh Mann, ey. Jetzt würde es mich halt doch interessieren, wie es mit Ozo-Craft aussieht, ne? Ja, ich möchte auch nicht die ganze Zeit hier umstellen. Nee, komm. Ich lasse euch in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. So, dann gehen wir noch mal kurz. Warte mal, wenn wir schon kurz reingehen, dann holen wir gerade noch mal ein paar Sachen. Schauen wir gerade mal. Was können wir denn da noch mal mitnehmen? Wir können Schilder mitnehmen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Warten wir Schilder noch mal. Hier. Das sieht doch sehr schildig aus. Auch Werkbänke haben wir da unten so gut wie gar nicht. Truhen könnte man auch mal mitnehmen, falls man irgendwas ablegen muss. Das ist gar nicht mal so schlecht. Äh, ja, mehr brauchen wir gar nicht im Moment. So, heißt, wir gehen noch mal nach unten. In die Unterwelt. Bei sehr frohlockender Musik. Die so gar nicht passen möchte. So. Löschen wir hier auch mal das Feuer. Huch. Wollte ich irgendwie zu früh abbiegen. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Er ist so cool. Er sitzt gern auf dem Stuhl. Denn er ist Simon cool. Ne, das war ein anderer. Äh, wo muss ich denn eigentlich lang? Ich laufe ja einfach durch die Gegend. Hier muss ich lang. So, dann noch mal in die Unterwelten der Unterwelten. Machen wir uns hier noch mal ein paar Eimer. Per. So, haben wir alles. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, als nächstes können wir uns dann daran machen, hier mal ein bisschen für Clash Shift zu sorgen. Wie gesagt, ich hatte auch schon mal den Gedanken gehegt, hier ein Lager reinzubauen in den Neter. Aus dem ganz, ganz einfachen Grund. Der Neter ist ja irgendwie kleiner oder zugleich größer als die Oberwelt. Also hier entspricht ja irgendwie acht Blöcken auf der Oberwelt, entspricht einem Block im Neter. Das heißt, man kommt halt viel, viel schneller von A nach B. Das wisst ihr ja. Darum haben wir ja diese ganzen anderen Portale. Und deshalb können wir da auch immer so schön abkürzen zwischen einzelnen Orten in unserer Map. Und dann wäre es halt schon irgendwie sinnvoll, eine zentrale Station zu haben, wo man halt die Sachen lagert. Und diese dann halt in den Neter zu verlagern. Oh, das hat sogar geklappt. Es wäre halt schon irgendwie sinnvoll, ne? Wow, jetzt habe ich Sprinten gedrückt, obwohl ich hier Schleichen drücken wollte. Das geht natürlich gar nicht. So, wo muss ich jetzt noch Sachen hin machen? Eigentlich nur noch hier rein, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Und schon ist alles still. Sehr gut. Zack, 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 zack. Und dann haben wir es hier doch richtig schön gemütlich. So ungefähr. Man könnte das theoretisch noch bis zum Portal ausbauen, diese Lava-Schlucht hier. Aber man muss ja auch nicht übertreiben. Und dann finde ich, kann man auch diese Sachen hier mal komplett lassen. Wobei es mich auch mal interessieren würde gerade, wie es ohne Flammen jetzt aussehen würde. Das heißt, wir gehen mal kurz noch mal rein in den Neter. Oder in die Neter, wie manche komischen Leute sagen, die ich nicht verstehe. Kann man in die Neter sagen? Also, in das Neter verstehe ich ja noch halbwegs. Eigentlich nicht, aber ja, noch eher als in die Neter. Also, das geht nicht in meinen Kopf, wie man das sagen kann. Ist ja auch egal. So. Stellen wir mal hier die Kiste, äh, die Kiste sag ich schon, die Werkbank hin. Okay. Wir haben auch noch einen Neterstein dabei. Wo soll man hier Glas hin machen? Einfach, damit man nicht vergisst, dass es hier verdammt gefährlich ist. Machen wir hier mal Glas rein. Schön. Wow. Tolles Panorama. Oder so. So. Hier bauen wir mal einen Neterstein hin. Hier auch. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens die Erfahrung. Ja, sieht gut aus. Jetzt sind wir auch schon auf Level 26. Cool. Sehr, sehr cool. So, dann bauen wir hier den ganzen Kram an. Okay. Und genau deswegen möchte ich hier halt so ein bisschen was bauen, ne? Damit es halt einfach sicherer ist. Wenn wir hier irgendwelche Sachen hinbauen und nicht die ganze Zeit beschossen werden. Dann wer will das schon? Ach, Mist. Jetzt haut ihr hier alles kaputt, oder was? Komm mal her. Zeitdisch. Hm. Er weicht halt geschickt aus. So, dass wir ihn nicht erwischen können mit seinem eigenen Shit. Ah. Das ist blöd. Au. Au. Oh, das ist gefährlich. Merke ich gerade mal. Äh. Hm. Blöd. Genau. Und deshalb wollen wir hier Sachen bauen. Wo geht es eigentlich da hinten hin? Ich möchte jetzt auch die Monster nicht einfach ausstellen, weil es halt auch irgendwie doof ist. Stattdessen gucken wir mal, wo es hier hinten eigentlich hingeht. Ich glaube nirgendwo hin, ne? Wir haben da einfach lang gegraben. Ja. Ohne auf ein Ziel zu kommen. Naja, gut. Ich hoffe, der ist jetzt despawnt. Das wäre sehr schön. Also, dass er verschwunden ist. Ist er tatsächlich? Uh, wir haben ein Glück. Oder? Ja, scheint so zu sein. Okay, wie bauen wir das Ganze hier? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Da ist schon wieder einer. Ich glaube, ich nehme hier mal einen Bogen mit. Einfach, um sicher zu sein hier. Äh, wie bauen wir das Ganze hier? Ich würde sagen, wir machen hier einfach so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Steingemäuer drumherum. Und Glas. Glas ist nämlich auch ganz gut. Durch Glas können einen diese Viecher zumindest nicht sehen. Und bei den anderen ist ja egal. Die greifen einen ja nicht an. Solange man nicht selbst aktiv wird. Und denen eine zimmert. Sind die ja ganz entspannt. So per se. Äh, ne, der Kratz kommt mal hier in die Krimskramskiste. Damit die auch wieder was zu tun kriegt. Das Feuerzeug bauen wir erstmal nicht mehr. Die Eimer bauen wir erstmal nicht mehr. Ähm, gut. Wegen dem Neter werden wir uns noch was überlegen, würde ich jetzt mal vorschlagen. Das weiß ich jetzt aktuell noch nicht, wie wir das machen. Aber wir werden da was machen. Und es wird super. So wie man es ja erkennt, wenn wir hier was angehen in diesem Let's Play. Dann wird das immer super. Oder so. Ja, Eichenzäune haben wir gar keine. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Eichenzäune. Und dann machen wir lieber draußen mal ein bisschen hübsch. Es gibt noch viel zu tun in dieser Welt. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, das ist natürlich wieder falsch rum. Bin ich eigentlich der Einzige, der es immer falsch macht? Oder geht euch das auch noch so? Solltet ihr noch Minecraft spielen? Macht ja irgendwie keiner mehr. Ach ja. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein paar schöne Lämpchen anbringen. Ich meine, diese Fackeln sind ja auch schön und gut. Aber so Lampen haben halt doch nochmal einen ganz anderen Flair. Ich rede nicht vom Wrapper. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal einen Neterstein hier. Da kenne ich nix. 1, 2, 3. Wie waren das? 1, 2, 3, 4 glaube ich, ne? 4, 1, 2. Und da dran dann den Glow Stoney. Yeah, sieht gut aus. So, dann machen wir es hier auch so. 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir es hier. Die haben wir leider nicht mehr bekommen. Naja, macht ja nix. So. Dann vielleicht hier nochmal. 1, 2, 3, 4. So. Na, fällt auch ins Wasser. Menschenskinne. Ja. Ob das jetzt unbedingt hübscher ist, weiß ich noch nicht. Genau. Das wird sich noch zeigen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. Es ist auf jeden Fall nicht hässlich. Denke ich. Die könnten wir fast schon weg machen. Machen wir auch. Wisst ihr, was wir bräuchten? Wir bräuchten eigentlich mal einen Behutsamkeitszauber. Dafür brauchen wir aber Level 30. Komm, dann machen wir doch das jetzt noch. Wie viel war? Komm, die Folge ist schon lang. Die Folge ist schon sehr, sehr lang jetzt mittlerweile. Dann probieren wir auch das jetzt noch als letztes Ziel in dieser Folge. Ich hab... Naja, das Schwert ist fast kaputt. Naja. Probieren wir das noch in dieser Folge. Irgendwie auf Level 30 zu kommen. Wir werden uns jetzt ein bisschen kloppen, denke ich mal. Ähm... Wir werden uns jetzt mal ein bisschen im Neter kloppen. In der Hoffnung, natürlich nicht zu sterben. Was natürlich nicht sicher ist. Denn kloppen ist immer ein Risiko. Muss man natürlich ganz klar sagen. Aber wir werden uns wagen. Wir werden für unser Recht kämpfen. Kloppen. 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 So, das ging jetzt relativ einfach. Aber wir haben fast nichts dazu bekommen, ne? Vielleicht sollten wir den Neterquartz farmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Boah, zwei Herzen. Mit einem Schlag. Okay. Ich sollte mich mal mehr an mich selbst halten. Und keinen Krieg mehr mit den Viechern anfangen. Weil die sind echt stark unterwegs. Ich meine, wir haben sie auch relativ schnell down. Was halt am guten Schwert liegt, wie gesagt. Aber wie lange haben wir das noch, ne? So, kommt jetzt hier noch irgendwer? Da hinten steht noch einer rum. Gucken wir mal, ob der uns wohlgesonnen ist. Oder ob der auch Wind von der Kloppe bekommen hat. Uh, der hat Wind bekommen. Aber mal sowas von. Ich wollte echt Schiss jetzt noch mehr anzulocken. Und da kommt auch schon einer. Ganz blöd kommt, kommen die halt von allen Seiten. Und dann kloppen die ein. Und man fällt irgendwo runter. Und dann ist man tot. Weil wir haben ja auch keine Tränke oder so. Die uns irgendwie retten würden. Das ist alles so ein Problem. Der da hasst uns auch ziemlich doll. Manchmal trifft man die halt auch nicht, ne? Oh, oh. Ihr seid jetzt aber gechillt, oder? Weil ihr seid ja gerade erst gespawnt. Ihr habt nichts mitbekommen. Ein Glück. Wie ist das mit euch? Habt ihr einen Hass auf mich? Ne, die scheinen auch ganz in Ruhe zu sein. In Ruhe zu sein. Schauen wir nochmal nach dem da oben. Die Musik passt total gut. Bedrohliche Klappe im Neten. Die sind auch total gechillt. Angst habe ich jetzt noch vor dem, der da hinten rumsteht. Weil der steht da schon länger. Guck mal einfach mal. Guten Tag. Meinungsumfrage. Seine Meinung ist, mach was du willst. Okay. Gut, das heißt, wir suchen jetzt noch ein bisschen nach Netenquartz. Und das lohnt sich hier definitiv nicht. Wir haben jetzt einige gekloppt. Sind fast auf Level 27. Ja, man kriegt schon ganz gut Level dadurch. Schon. Aber so wirklich lohnen, tut es sich halt trotzdem nicht, ne? Das heißt, wir buddeln uns jetzt lieber hier mal durch die Gegend. Und hoffen, dass wir dadurch so ein bisschen Dönszeug finden. Also hier so Rohstoffe. Total der spannende, epische Abschluss für diese 500. Folge. Aber muss ja auch mal gemacht werden, ne? Das hilft ja alles nix hier. Wobei, wir müssen uns da nicht unbedingt buddeln. Wir können ja gleich mal schauen. Moment kurz. Heißt also, wir brauchen Quarz. Ich glaube, hier lag ja auch noch offenes Quarz irgendwo rum. Na, wie geht's? Zum Glück sind die alle nicht aggro auf mich. Sonst könnte das hier ganz, ganz böse enden. Aber die haben zum Glück alle nichts mitbekommen von unserer kurzen Klappe hier. Wir können die ja jetzt auch... Oh. Hi. Ah, da oben könnten wir auch aufräumen, theoretisch. Mit den Viechern könnten wir uns auch anlegen. Die geben nämlich auch noch diese Lohnenrouten. Aber ihr seht, Quarz geht halt einfach sauschnell. Level 27. Also, ich bin absolut im Team Quarz. Da wäre noch Glowstown, falls wir mal welchen bräuchten. Aktuell glaube ich nicht der Fall. Quarz können wir ja auch noch gebrauchen. Für unsere Villa. Für irgendwelche Treppen oder so. Da macht sich das Ganze ja ganz gut. Und durch Quarz steigt man halt im Level so extrem schnell. Es ist wirklich unverhältnismäßig fast schon. Ähm, ja. Es ist halt so, jetzt hier... Kann ich mir jetzt merken, dass ich hier von da kam? Ich hoffe es. Gut, ich möchte jetzt eigentlich auch mich nicht weiter... Hupala. Eigentlich gar nicht weiter entfernen. Oh. So, wir machen das schnell mal wieder zu. Wir gucken ja nur mal ein bisschen, ne? Au. Et voilà, ein Pfeil. Wunderschön. Alles klar. Das sollte mir vielleicht eine Hilfe sein. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Trackmania Musik sehr, sehr mag? Quarz mag ich auch. Und davon finden wir hier ebenso viele wie Tracks von Trackmania in der Musikplaylist. Wobei, ich glaube, das stimmt gar nicht. Da finden wir doch noch mehr Quarz. Heute lief noch nicht so viel. In dieser Folge. Level 28. Viel brauchen wir nicht mehr. Und da ist nochmal ein Bissi. Nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, es ist sinnvoll. Nice to have. Und noch dazu steigen wir im Level. Es lohnt sich einfach. So. Level 29 schon. Das geht ja fix. Jetzt hoffe ich nur, dass keiner von diesen Schweinen mir in die Spitzhacke läuft. Dankeschön. So. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht verlaufen. Wie schon gesagt. Aber ich glaube, wir müssen nach links. Und dann sind wir wieder zurück. Da, wo wir hingehören. Ja, super Timing. Aber wir haben zum Glück noch eine Spitzhacke. Ah, jetzt ist hier ein Popel runtergefallen. Wahrscheinlich der, der jetzt zu 30 gefehlt hätte. Schauen wir mal. Ist hier noch irgendwo Quarz? So, so viel brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So, ein Pinöpel würde ja wahrscheinlich schon reichen. Ist hier noch irgendwo Quarz? Nur ein kleines bisschen. Da, ha, ha, ha. Okay, ein Pinöpel reicht nicht. Aber zwei Pinöpel reichen. Und damit sind wir auf Level 30. Und können uns ein neues Schwert verzaubern. Oder eine neue Spitzhacke. Eigentlich wollte ich eine neue Spitzhacke haben, ne? Wegen der Verzauberung. Wegen der Behutsamkeit. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Und hoffen einfach, dass wir die Behutsamkeit kriegen. Das wäre nämlich jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss für die Folge. Weil Behutsamkeit wollten wir wirklich schon sehr lange, ne? Unter anderem, um diese Kathedrale da hinten abzubauen. Da sind ja noch einige Glasscheiben drin, die ich nicht einfach so zerhauen möchte. Also, schauen wir mal. Drückt uns die Daumen, Leute. Eins, zwei, drei. Komm, dann machen wir mal ein Schwert gleich nochmal mit hinterher, wenn wir schon dabei sind. So, ich habe doch gerade Stöcke gemacht, ne? Stöcke brauche ich jetzt. Stöcke brauche ich jetzt. Stöcke brauche ich jetzt. Denn ich brauche sie wirklich jetzt. Stöcke brauche ich jetzt. Stöcke brauche ich jetzt. Jetzt geht's in den Keller. Und dann wird gezaubert. Ja, es wird gezaubert. Und nicht gezauernit. Das versteht jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Und selbst wenn... Wenn ihr es nicht versteht, seid froh. Seid einfach froh. So. Dann mal Rinn. Behutsamkeit. Ich halte es im Kopf nicht aus. Geil. Danke, 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 liebes Minecraft. So, Rückstoß und Verbrennung. Ah ja, gut. Okay. Liebes Minecraft. Vielen lieben Dank. Wir haben eine Behutsamkeitsspitzhacke. Wie gut ist das denn bitte? Wir wollten eine und wir haben eine bekommen. Ist das nicht der Burner? Besser geht's doch hier gar nicht. Schöner Abschluss für die heutige Folge von Minecraft. Und damit können wir jetzt endlich da hinten den ganzen... Ich drehe voll durch. Den ganzen Kram abbauen. Ich frage mich, ob wir das gerade noch machen. Komm, dann machen wir die Stunde hier noch voll. Wenn man hier schon übertreibt. Übertreibt. Und... Ähm... Machen da hinten noch die... Das Gedöns weg. So, wir haben jetzt praktisch zwei Spitzhacken. Und die eine möchte ich jetzt natürlich nicht mehr benutzen. Außer wir brauchen sie wirklich. Also die Behutsamkeitsspitzhacke... Die würde ich gerne auch nur dann benutzen, wenn wir Behutsamkeit auch brauchen. So. Und ich habe übrigens noch eine kleine Idee, was wir in Zukunft vielleicht machen werden. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich habe eine lustige Idee. Wir haben hier viele Projekte. In diesem Projekt. Am Laufen. Wo ich gerade dieses Schiff da sehe. Und die Insel nebendran. Das sind ja Projekte, die schon seit... Was weiß ich wie vielen hundert Folgen auf uns warten. Und warum schweben da Sachen? Das war bestimmt ein Bug von Minecraft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Sachen habe einfach schweben lassen. Das ist nicht mein Stil. Das wurde mir bestimmt nicht angezeigt. Und daraufhin habe ich es da auch nicht abgebaut. Vermute ich mal. Mal sowas einfach in der Luft zu lassen. Nee, das mache ich nicht. Zum Glück kriege ich es auch so weg. So. Und jetzt können wir nämlich hingehen mit unserer tollen Behutsamkeitsspitzhacke. Die wirklich sehr toll ist. Und können diese Scheiben abbauen. Ohne, dass sie kaputt gehen. Wie ihr seht. Huch. Das wollte ich jetzt nämlich nicht. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Wir könnten damit theoretisch jetzt auch Glasblöcke abbauen. Äh, Grasblöcke abbauen. Glasblöcke auch, ja. Also nicht nur Glasscheiben, sondern auch Blöcke. Aber eben auch Grasblöcke. Ist da jetzt eine runtergefallen? Nein. Wir machen aber mal unten wieder unseren Counter aktiv. Damit ich das überwachen kann. Acht Stück. Passt. Ab zur nächsten Front. Wir sehen hier so richtig die Frontschweine. Wobei hier ist es nicht so tragisch, wenn hier was runterfällt. Denn hier ist ja kein tiefes Meer unter uns. Nein. Okay. So. Ah, hier sind ja auch noch. Hier ist ja auch noch. Hier. Hör mal. Hör mal. Dann bauen wir das Ganze nämlich nochmal neu. Und müssen diese Glasscheiben halt nicht nochmal neu färben. Weil das war, glaube ich, ein ziemlicher Akt. War super. Das ist jetzt echt der beste Abschluss der Folge. Voll gut. Wie viele Spitzhacken haben wir schon verzaubert, ohne diese Behutsamkeit zu kriegen. Und jetzt sagen wir so, ey, Behutsamkeit wäre jetzt cool. Zack, kommt sie. Wie bestellt. Echt geil. Das hier mit. So, wo haben wir noch Glas? Hier hinten war noch Glas, ne? Oh nein. To the moon. Das ist ja jetzt echt ein krasser Schnitt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Gerade eben noch diese beschwingte Odyssey-Musik. Jetzt dieses doch sehr emotionale Stück von To the Moon. Vielleicht ein Spiel, was ich auch mal let's playen sollte. Wäre einfach wirklich ein Spiel, was ich gerne auf meinem Kanal zeigen würde. Ich weiß, es haben auch da, es haben schon wieder einige andere gemacht. Aber ist es nicht kack egal? Eigentlich ist es doch egal. Man soll doch das spielen, was man möchte. Ehrlich gesagt... Ganz ehrlich... Ich möchte... Mal was nachschauen. Ich möchte kurz das nachschauen. Was ich gerade gar nicht mehr weiß, ehrlich gesagt. Ich kenne mich in dieser Welt nicht aus, müsst ihr wissen. Haben wir jetzt genug? Wir haben genug. Sehr schön. So. So, die Musik wird jetzt auch wieder ein bisschen abgespaceder. Das ist okay. Ich glaube, dieses Lied muss ich auch mal rausnehmen. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, was mir das Lied sagen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich es, glaube ich, gar nicht wissen möchte. So, wir gucken uns gerade mal um. Was wir hier so alles haben. Wie ist das denn, wenn ich jetzt das letzte Lied anmache? Gut. Dann sind wir wieder bei To The Moon. Und dieses Lied möchte ich ganz gerne auch noch mal kurz im Hinterkopf haben. So, da sind keine weiteren Häuser. Das ist Vapidro, der Zocker. Dann haben wir hier vom Lago, der Frittinger Asilox. Hatte hier auch sein Haus. Miss Möp ist hier, glaube ich. Das hier war der Sir Oakswin. Schöne Grüße, Leon, falls du gerade zuschaust. Der Gizmo, mit dem ich auch nichts mehr zu tun habe. Trashle, hat auch eine schöne Bude hier. Piano Woman, oh Gott. Hier haben Leute, Häuser, die ich teilweise gar nicht mehr kenne. Jonas, der Farmer, den kenne ich natürlich noch. Katja kenne ich auch noch. Lila, natürlich kenne ich die. Lomdom kenne ich noch. Das sind wirklich die Zuschauer der ersten Stunde hier. Sascha, Jordan. Ach, Jordan. I miss you. Justin, Esther, die mich gehasst hat. Forstfire, der Trophy. Lukas, E-Gamery. Dann die Tatjana. Dann der Storm. Schöne Grüße auch an dich. Der Henna, auch an dich schöne Grüße. Subchamp, auch an dich schöne Grüße. Die ganzen coolen Kids hier. Nator Force. Auch da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. Freudi, ja. Ich erinnere mich dunkelst. Titanius Rexus, da brauche ich gleich gucken. Hute Pax Alice, erinnere ich mich auch noch sehr dunkel dran. Ähm, Fallapfel. Dann hier Fabi natürlich. Oh, wir haben... Ah, wir haben die Schilder nicht dabei. Mist. So ein Mist. Wollte ich hier nicht letztens ein Schild dran machen? Ich bin ja auch ein Held. Naja, also ob ich es wollte oder nicht, ich habe es nicht getan. Klasse. So, dann hatten wir hier noch das Haus von der Yassi, die auch kein Schild hat. Wo soll denn der Kack? Und Cookie hat hier auch ihr Haus. Ich glaube, es ist eine Sie. So, dann das war von Christoph das Haus. Vom lieben Herrn Spooky. Dem Gründer der Independent Gruppe. Hier der schöne Atomreaktor, den er sich gewünscht hat. Ist natürlich auch einfach nur ein Träumchen. Wer möchte nicht seinen eigenen Atomreaktor haben? Äh, Konrad hat sein Haus da ganz hinten alleine. Auch der Hanjan hat sein Haus so ein bisschen außerhalb. Ich weiß nicht, ob wir die versuchen werden, noch irgendwie anzubinden. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Hier war auch schon lange kein Festival mehr, ne? Lange ist es her. Also das war die Miss Rainbow Shit. Daran erinnere ich mich noch, genau. Das war hier Kerstin, richtig. Das war Loggi. Uh, schöne Grüße, Loggi. Ach, alles so coole Leute hier. Kloreksi. Oh, an dich schöne Grüße. Sandy aus Marzahn. Joa, sie wird es nicht gucken, aber kann man auch mal grüßen. Jens Plate. Meg Klaus oder MC Klaus. Der No Name. Ich habe schon MC Name gelesen. Das ist natürlich Quatsch. Crazy Frost 88. Dann die Cat. The Loikit. Auch du seist hier mitgegrüßt. The Loikits Haus finde ich bis jetzt immer noch eins der coolsten. Dann der Hannes. Der wollte ja dieses Baumhaus haben. The Dex wollte hier den Friedhof haben. Joa. Also hier kriegt ja jeder, was er will, ne? Das ist ja ganz klar. Slinferno hat hier ein schönes kleines Häuschen direkt am Gewässer. Sehr, sehr nett, denke ich mal. Spielefieber hat auch sein eigenes Häuschen. So, wer hat diesen komischen Laden? Das ist Requiz. Der Pascal. Schöne Grüße. Kilian hat auch sein eigenes Haus. Und das war es tatsächlich. Puh. Ne, hier ist noch jemand. Aber das ist nicht der, den ich meine. Paul92. Morki hat nie ein eigenes Haus bekommen? Ich habe ja auch nie eins gewollt, aber das ist hart. Wie komme ich nochmal da rüber? Da muss ich bei der Bahnstation langlaufen, ne? Ähm. Oder? Warte mal, wie komme ich denn da nochmal hin? Oder gibt es da gar keinen Weg? Keinen offiziellen? Ah. Da habe ich wohl irgendwas nicht zu Ende gedacht. Hier gab es mal einen Weg. Hups. Völlig abgeschlossen hier. Das ist der Catch-in-Media. Oh, der Torben. Der Torben. Schöne Grüße, Torben. Solltest du hier zufälligerweise zuschauen, weil ich nicht glaube. Hi, Joe Kaktus. Wie geht's? Ach ja. Also, es gibt viel zu tun in dieser Welt. Es gibt sehr... Ach, Buddy hat ja hier auch noch seine eigene Hütte. Stimmt. Es gibt so viel zu tun, wir werden es tun. Äh. Ja. Also, wir werden hier noch ganz, ganz viel bauen. Wir werden hier noch ganz, ganz viel veranstalten. Ganz viele tolle Dinge tun. Ganz viele tolle Dinge erschaffen. In diesem schönen Spiel namens Minecraft. Wo habe ich jetzt mein Boot abgelegt? Wo habe ich jetzt mein Boot hingeschmissen? Ah, das war hier vorne links, ne? Meine ich. Das Rathaus ist natürlich auch noch nicht ganz fertig. Muss man ehrlicherweise zugeben. Einige von euch haben es ja schon befürchtet. Warte mal, wir hatten noch noch ein Haus. Wir hatten noch ein Haus hier. Wir hatten hier noch ein Haus. Hier war doch noch was versteckt. Ja, ja, ja. Mir macht hier niemand was vor in meiner eigenen Welt. So, konnte man hier nicht irgendwie rein? War das kein Versteck hier? Doch. Ah, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Wobei es natürlich doof ist, dass es dann die Tür zugeht, ne? Ich muss jetzt gerade mal selbst meine eigene Welt wieder hier erforschen, weil ich keine Ahnung habe. Ah, ich glaube, das war der Hinterausgang von Silox Haus, ne? Hier könnte theoretisch noch eine schöne Butze rein. Da ist sogar noch eine Butze drin. Kratz dich doch selber. Okay. Ja. Also hier ist scheinbar das Haus von Kratz dich doch selber. Da schlafen wir mal kurz drin. Irgendwann sterbe ich wahrscheinlich, wache hier auf und habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. So. Kratz dich doch selber. Keine Ahnung, wer es ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kratz dich doch selber. Du kannst doch mal gerne in die Kommentare schreiben, wer du bist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist auch schon sehr, sehr lange her. Ihr müsst mir das irgendwo auch verzeihen. So, und dann machen wir hier. Ja, das ist ja wundervoll. Machen wir hier. Ja, das ist ja auch wundervoll. Machen wir hier. Ja, das ist ja auch wundervoll. Alter. So ist richtig. Lassen wir die Tür mal offen, damit man hier auch wieder reinkommt. Wobei es ja so nicht gedacht ist. Aber egal. Genau, das ist der Tempel. Also das müsste das Haus von Silox sein. Weil man hier nämlich nicht mehr rauskommt. So war es. Genau. Deshalb hatten wir diese Tür da drin. Damit man hier noch irgendwie rein und raus kommen kann. Cooles Haus, muss man einfach so sagen. Also lange ist es her. Aber echt eine coole Geschichte hier. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis. Solltet ihr ein Haus wollen. Und noch keins haben. Wir werden ja auch noch ganz, ganz, ganz da hinten diese Großstadt bauen. Das ist nach wie vor ein Projekt, welches wir nicht vergessen haben. Sondern ein Projekt, das immer noch aktuell ist. Das jetzt halt nur schon länger nicht mehr weitergemacht wurde. Solltet ihr aber ein Haus wollen, dann sagt gerne Bescheid. Und es werden noch Häuser gebaut. So ist es nicht. Und genau. Also die Leute, die schon ein Haus haben hier in der schönen Stadt. Die kriegen hier erstmal keins mehr. Denn wie gesagt, jeder kriegt eins. Aber für die Großstadt dann. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Wohnungen mache. In einem schönen großen Hochhaus. Und ob dann vielleicht mehrere Hochhäuser entstehen. Wo dann auch jeder mehrere Häuser bekommen kann. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie das Ganze laufen wird. Es wird mit Sicherheit lustig. Ich nehme schon mal diese Kiste hier mit. Denn die brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt hier. Und ich würde sagen, damit endet Folge 500. Wir machen nochmal kurz die Sichtweite höher. Da links unten ist ein Delfin im Wasser, wie ihr seht. Wie ihr eventuell seht. Wir machen nochmal kurz die Sichtweite höher. Mit diesem schönen Panoramabild möchte ich mich verabschieden von euch. Bei Folge von Folge 500. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei 500 Folgen Minecraft. Oder zumindest bei dieser einen. Schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Sowohl jetzt, was das gesamte Display angeht. Aber natürlich auch heute. Denn das war jetzt schon eine sehr, sehr lange Episode. Also da muss man schon Ausdauer haben. Vielen lieben Dank. Und die letzte Minute dieser Folge 500 möchte ich jetzt noch einmal Morki widmen. Ich weiß, wir hatten schon mal ein extra Video auf dem Kanal und so. Aber ich möchte es einfach jetzt nochmal machen. Als kleine Ehrung gegenüber Morki. Der leider nicht mehr unter uns verweilt. Und das hier auch leider nicht mehr mitkriegen kann. Außer es gibt irgendwie doch einen Himmel und so. Keine Ahnung. Die letzte Minute sei jetzt also nochmal geschwiegen. Für Morki. Der einen sehr, sehr bewegenden To-the-Moon-Stream einmal gemacht hat. Der ihn zu Tränen gerührt hat. Und deshalb hat mich dieses Lied auch gerade nochmal so sehr an ihn erinnert. Und von daher einfach nochmal eine kurze... Ich mach jetzt auch mal die Monster aus. Nicht, dass ich dann irgendwie von hinten überfallen werde während dieser Minute. Heute nochmal eine kurze Schweige- und Gedenkminute an Morki. Und das war es dann auch schon mit der Folge 500. Danach werde ich auch nichts mehr sagen oder sowas. Also sage ich schon mal an dieser Stelle. Wer sich das jetzt nicht noch antun möchte oder so. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Euer Fritte. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020